sky high vielflieger talk und zwar ein wochenrückblick mit freddy und mir heute am 23 juli 2023 besprechen die woche jetzt im überblick weil sie geht ja zu ende und schauen wir mal was da so alles passiert ist und freddys blick ist natürlich meistens ein anderer als meine deshalb geht es los um die swiss er die mit ihrer pünktlichkeit kämpft 40 prozent mehr gehalt für united piloten british airways wertet die economy class auf da bin ich besonders interessiert was freddy zu sagt genau wie zum beispiel dass die swiss die kurzstrecke ausweitet lufthansa macht das ja auch nicht auch freddy ist ja spezialist für die a380 und die haben große anziehungskraft eine boeing 767 verliert die rutsche wie kann das passieren freddy kann vielleicht aus seinem alltag als flugbegleiter erzählen ob so was bei lufthansa möglich ist dann geht es weiter mit der doppel suite bei der lufthansa diese doppel suite plus kommt erst mal ganz wie geplant also da wird es kein test geben kerosinsteuer ja oder nein wie sieht freddy das ist das für ihn ein wettbewerbsnachteil für seinen arbeitgeber in seinen augen oder nicht dann passagiere mit dummen sachen einer ist dumm gewesen in miami und hat dann erst mal so eine bombendrohung gemacht als er sein gepäck einchecken sollte lufthansa wollte doch nicht mehr dezentral fliegen aber sie machen es mit dieser friedrichshafen salzburg nummer und eurowings a321 im dienst bei der eurowings als mallorca airbus dann ein thema was auch wichtig ist ist delta airlines hat passagiere bei 111 grad fahrenheit oder 44 grad celsius in der hitze gefangen gehalten er malte hat passagiere den hitze kollaps bekommen haben da bin ich mal gespannt was er dazu zu sagen habt dann srs smart links moment kabine die nicht okay ist da wollen wir einfach darauf eingehen und diese themen besprechen seit heute um 19 uhr bei fricken frapp free für die künstler tiki dabei also frequent traveller tv 19 uhr einschalten und ich muss den namen noch mal lernen wohl das ist ja jetzt die 214 show alleine dieses jahr also danke euch ist dann und freue mich nachher und Bis zum nächsten Mal.